Hallo, willkommen zu dem Lernfilm über Weberknechte. Wir fangen auch direkt an mit dem Lernfilm. Wie groß werden Weberknechte? Weberknechte, die meisten Arten werden bis zu 22 mm groß. Die kleinsten Arten werden bis zu 2 mm groß. Wie alt werden Weberknechte? Ein normaler Weberknecht wird knapp bis zu einem Jahr alt. Sind Weberknechte giftig? Weberknechte sind nicht giftig für Menschen oder Haustiere, da sie keine Giftrüsten haben. Eigenschaften der Weberknechte. Weberknechte besitzen einen kleinen, runden Körper und sehr lange, dünne Beine. Wann legt der Weberknecht Eier? Nach der Begattung legt das Weibchen im Spätsommer die Eier in die Erde. Wie viele Eier legt der Weberknecht? Der Weberknecht legt 20 bis 60 Eier. Wo leben Weberknechte? Weberknechte sind auf der ganzen Welt verbreitet. Ist der Weberknecht nachtaktiv? Bis auf wenige Ausnahmen sind Weberknechte nachtaktiv. Was frisst der Weberknecht? Der Weberknecht ist kleine Gliederfüssler, Todeskleingertiere und pflanzliche Materialien. Das war's auch schon mit unserem Lernfilm. Das war's auch schon mit dem Lernfilm. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.